Oh, äh, ja, Pekka. Klar, Pekka tut natürlich ein bisschen weh. Ähm, ja, da kann man natürlich dann wirklich nichts machen. Hallihallo Leute, eine neue Folge Clash of Clans wartet auf euch. Ich möchte wieder einen Angriff machen. Ich habe mich da jetzt mit Meister ganz gut etabliert, sag ich mal. Man hat wieder Gegner, die halt auch wieder gut Loot haben. Man kriegt trotzdem noch einiges an Liga-Bonus. Guckt euch das an. Das ist ein Gegner, der ist easy zu knacken, ganz klar. Und wir kriegen mit dem Queenwalk hier relativ viel geregelt. Wir gucken mal, hier haben wir... Wir gehen mal von hier aus rein, wobei ich... Wir gehen von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gucken wir, was wir da rausreißen können. Hauen wir gleich mal ein Elixier, beziehungsweise ein Spell raus. Hier sehen wir gerade, dass die Magier rauskommen von der gegnerischen CB. Und da sind sie auch schon wieder weg. Denn sie hatten keinen Gefallen an meinem Gift-Spell gefunden. Vollkommen verständlich. Hätte ich auch keinen Bock drauf, würde ich mich verpissen. So, da gucken wir mal, was hier die Mauerbrecherchen noch reißen können. Zack, zack, da ist eine... Ja, ein Loch in der Wand entstanden. Droppen wir hier nochmal ein Rage-Spell. Das möchte ich natürlich haben, will ich mir nicht entgehen lassen. Ja, das ist easy peasy hier. So, jetzt sollten wir... Ja, genau, das ist ziemlich gut. Gut, so wollten wir das haben hier. Ah, ich sehe gerade hier, die sind hier gleich mal richtig schön kaputt gegangen alle. Finde ich natürlich eher suboptimal. Lasst uns da lang gehen. Genau, King ist drin, so wie sich das gehört. Und, ja, die Heiler sind jetzt natürlich echt ein bisschen doof gelaufen, auf jeden Fall. Die kriegen hier richtig auch von der Queen auf den Sack, beziehungsweise von den X-Bows. Aber ich denke mal, die sollten das hier noch aushalten. Und dann ist die Queen hier auf jeden Fall noch dabei. Die wird hier noch geheilt und dann passt das auch. Wir haben das ganze Dunkle schon, das passt. Wir haben noch ein Rage-Spell für die Not danach. Oh yeah, cooles Ding auf jeden Fall. Hier mit Magiern wurde hier nicht gespart auf jeden Fall. Ziemlich cooles Ding, aber alle sind so down. Egal, wir snacken uns jetzt hier das Rathaus. Ja, läuft auch mit zwei Heilern hier noch gut. Guckt mal gleich, wie sich das hier auswirkt. Was wir hier... Zack! Das waren einfach mal über 20k, fast 30k vom Gold her. So, und jetzt haben wir hier halt wirklich richtig gute Karten. Das heißt, wir kommen hier nochmal schön an die Lager ran. Ich denke mal, das bleibt nicht das einzige Lager. Ah, schade, sie rennt da rum. Das hätte nicht sein müssen. Aber okay. So ist es halt leider. Ah, das ist aber... Nö. Nö. Aber ich will trotzdem den Boogie-Turm hier noch platt machen. Weil dann wird meine Queen wieder schön hochgeheilt. Dann muss ich nämlich nicht nochmal den Rage droppen. Und dann kann ich jetzt nebenbei ganz easy peasy die Queen hochheilen lassen. Wenn da nicht die Kanone wäre, aber selbst die sollte ich jetzt auch noch fernaschen. Ah, da ist der Boogie-Turm. Ah, das ist ja alles nicht so toll. Lauf außenrum. Die wird garantiert nicht außenrum laufen. Fünf... Ah, das war... Na? Nee, das war offiziell nicht unbedingt nötig. Aber passt auf jeden Fall. Ja, die Elf Pokis, die nehmen wir hier mit. Das ist jetzt nicht so wild. Kann man natürlich gerne mal mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch am Start haben. Oh, wir haben gar keine Mauerbrecher. Dann nehmen wir da natürlich noch ein bisschen was. Und ansonsten sieht das so aus, als würde ich bald wieder eine Mauer machen können. Weil, das wisst ihr noch nicht. Das weiß ich, aber ich habe meine Clanburg wieder so ein bisschen gefüllt. Das sieht ziemlich nett aus. Und dann kriege ich bald wieder einen Bonus. Läuft. Hier geht auf jeden Fall... Herzlich Willkommen... So soll das sein. So soll das sein hier. Schöne Vorstellung, sexy, oder? Yeah. CW. Ja. CW, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ähm. Obwohl... Ne, die sind gerade nicht im CW. Aber ich bin auch schön, so wie sich das gehört. CW Grün. Ja, nur mal so. Also wie gesagt, ich habe es ja in dem letzten Video gesagt. Ich bin da auf jeden Fall bereit, mich zu bessern. Und dann muss da auch was passieren. Äh. So. Jetzt machen wir einen kurzen Cut. Ich gehe nämlich zu meinem zweiten Account rüber, dass ihr seht, was da passiert. So. Und da wurde ich wieder mal richtig ordentlich rasiert, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Aber nicht der Rede wert. Das passt schon alles. Ich habe immer noch nicht mein X-Bo. Ich muss mich da echt ein bisschen ranhalten. Bloß die Sache ist natürlich die, dann macht man die anderen Sachen auch erst mal. Ihr wisst das doch selber. Ich habe noch nicht mal die Mauern gebaut. Wollen wir die Mauern jetzt bauen? Eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt. Eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt. Wir sind hier wieder voll die 50 Leute. Wir sind hier wieder voll die 50 Leute. Hm. Eigentlich würde ich gerne die zweieinhalb Millionen ausgeben für, für das Labor. Und, oh, jetzt mal gucken, ich habe Queen Walk, genau. Ich habe Queen Walk vorbereitet. Können wir auf jeden Fall machen. Genau. Hier auch nochmal ganz, ganz wichtig. Einfach, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Queen Walk auch mit einer 1er Queen ohne Probleme machbar. Passt ein bisschen mehr auf. Das heißt also wirklich zeitlich gesehen, müsst ihr da halt wirklich ein bisschen mehr aufpassen, weil die halt nicht mehr, beziehungsweise ja noch nicht so viel kann. Braucht die natürlich auch länger, um durch so eine Base dann halt durchzurennen. Hier, perfektes Beispiel. Hier können wir richtig gut reingehen. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen von hier, dann haben wir sechs Heiler dabei. Die sind auch nur auf drei momentan. Die habe ich noch nicht auf vier. Alles ganz chillig, alles ganz cool. Und wir sagen jetzt einfach mal Hallo. Wer seid ihr? Ich bin der Guzoa. Oh, äh, ja, Pekka. Klar, Pekka tut natürlich ein bisschen weh. Okay, ähm, ja, da kann man natürlich dann wirklich nichts machen. Das ist eine ganz klare Kiste, weil, äh, bei, ähm, bei einer Pekka, die man drin hat, äh, ist definitiv verloren. Ganz klare Sache. Na, nun machst du hier langsam mal ein bisschen Tara, oder nicht? Ja, ja, das war natürlich richtig Premium. Äh, jetzt, äh, wollen wir mal die Pekka hier ein bisschen niederrocken. Ähm, das ist natürlich wirklich der große, große Nachteil. Das heißt also wirklich, äh, wenn ihr den Rage-Ability sozusagen noch nicht habt, kann man da natürlich nichts reißen. Klar, also das war definitiv zum Scheitern verurteilt. Da kann man auch nicht sagen, naja, hättest du mal, hättest du mal. Nee, geht da definitiv nicht. So ist es halt. Also sprich, wirklich, ähm, da wäre halt die Ability geil gewesen, hätte man da drauf reagieren können. Ich habe ja, wie gesagt, schon die Clanburg wenigstens gemaxed. Gemaxed soweit. Das ist cool. Das finde ich richtig, richtig nice. Ich glaube, ich baue das echt. Ich, ich, ich bin, ich bin, ich stehe so, so ein bisschen neben mir noch mit der Base. Hm. Nova, wenn du nochmal Zeit hast, du darfst gerne weiterspielen. Äh, oh ja, Nova räumt ordentlich auf, auf jeden Fall. Ähm, läuft. Ich sage einfach mal, mach mal voll. Gucken wir mal, ob hier noch einer einen schönen Angriff hat. Oh nee, hier wird gerade richtig leer gemacht. Ah, ich glaube, das waren die, die, äh, noch relativ low waren, die für, äh, die hatten irgendwie ein CW gemacht. Danke. Und da hatten die relativ low Spieler mit drinnen. Das war's dazu. Ich würde gern, ich würde gern nochmal verlassen. Und dann gucken wir nochmal im One Million Loot Clan vorbei. Und dann würde ich auch ganz, 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 ganz gerne mal wieder einen Burgencheck machen. Da gucke ich wieder aufs Ankündigungs-, aufs Anmeldungsvideo. Und würde dann gerne wieder den einen oder anderen nochmal checken. Das seht ihr dann aber wieder in einem nächsten Video. Mal gucken, was hier gebartscht wird. Da ist natürlich nicht viel Interessantes dabei. Das ist jetzt halt normal. Und noch nicht mal viel. Das war, das war, nee, das reicht nicht. Wie gesagt, bitte dann schon, wenn man Barge hat, dann soll richtig, richtig gut was gehen hier. Loan und Minion, das ist interessant. Aber der Loot ist nicht, ja, das ist normal. Wirklich. Das ist, äh, wie gesagt, das wollen wir nicht. Gucken wir mal. Ist auch gut, aber jetzt auch nichts, äh, Superspezielles hier. Klar, mit deinen Truppen sieht man natürlich, dass du auch noch nicht so weit bist. Da ist es natürlich dann mega nice. Und wenn ich mir die Zeit angucke, würde ich mal sagen, reicht es für die Sachen hier oben auch noch. Das heißt, würde ich mal sagen, alles gezogen, ja. Und dem Gegner natürlich die Hose ausgezogen. Haha. Der musste einfach sein. Der musste sein. Ein Mann frei, schön auf Null gesetzt, läuft. Zack. Weiter geht's, gucken wir mal, ob wir hier noch was Tolles haben. 1,5 Millionen vom Tamino. Coole Nummer. Und hier sehen wir halt auch wieder, nicht einfach nur, also klar, Minen und Sammler sind relativ voll, wenn wir uns hier die Minen angucken, die sind schon richtig schön rappelzappelvoll. Aber wir haben natürlich auch die Lager voll. Und das ist natürlich ziemlich nice. Vorteil auf jeden Fall, der hatte Elixiermangel, sag ich mal, beziehungsweise die Expos sind da halt wirklich schon richtig schön leer. Mal gucken. Ich meine, mit einer 30er Queen kann man hier nochmal richtig abzappeln, auf jeden Fall. Ist gut, dass du dich wirklich, ich wäre jetzt nicht unbedingt über die Flanke gegangen, über die Linke, sondern ich wäre eventuell von hier reingegangen. Aber das ist vollkommen Banane. Was ich aber richtig, richtig gut finde, du hast dich für eine Flanke entschieden und hast gesagt, gut, okay, komm, jetzt da rein und fertig. Auch mit beiden Hellen. Vollkommen richtig sehe ich. Vollkommen richtig. Hast du gut gemacht, meiner Meinung nach. So, und hier haben wir jetzt den Inferno, der natürlich jetzt alles wegbrutzelt. Das ist ganz klar, der ist auf Single. Und da sind halt auch die Riesen mega schnell weg. Ganz klare Nummer, aber richtig netter Loot auf jeden Fall. Und dann halt in Crystal 1 gab es noch ein bisschen was am Bonus. Also das passt. Das passt auf jeden Fall. Das ist ein guter Angriff. Den möchte man sehen. 1kk. 1kk. Meinst du damit eine Million? 1000, 1000. So, von wegen Million. Dann kannst du auch einfach einen Mio schreiben. Aber wir haben hier eine richtig fette Queen. Wir haben eine richtig fette Queen. Das ist ein richtig dicker Hund. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, von unten hier einfach mal durch. Genau, richtig einfach ihm voll eine Überplätten. Riesen kämpfen sich hier ganz easy durch. Und die Queen regelt halt wirklich auf Level 37 megamäßig. Das heißt, die hat von hinten wirklich, kommt die ran und geht richtig, richtig nach vorne. Auf jeden Fall. Also die unterstützt halt dann die Riesen extrem. Weil wirklich, die Riesen, klar. Die machen und tun und wollen halt. Und wenn dann aber wirklich die Queen von hinten kommt, dann geht das richtig rambazamba los. Auf jeden Fall. Richtig schön leer gemacht. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, 100% sind das sicher. Das sollte auf jeden Fall klappen. Einwandfrei. War richtig geil gemacht. War ein cooler Gegner auch. Muss man jetzt mal sagen, klar. Aber richtig cool gemacht. Schön 100%. Richtig schön hier die 6K. Läuft. Männliches Ding auf jeden Fall. Das war es erstmal zu der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, haut mal bitte raus in die Kommentare. Wie sieht's aus? Spielt ihr oder hat sich die Clash-Community jetzt wirklich komplett gespalten? Hat mal sagt man, oh, ich spiele nur noch Clash Royale oder nee? Das ist ja total doof. Gibt's welche, die beides spielen? Die beides gut finden? Oder ist jetzt das eine besser als das andere? Das würde mich mal echt interessieren. Haut das mal bitte kurz in die Kommentare rein, dass ich da weiß, wie das ausschaut bei euch. Haut mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.